Bist du sicher, dass ein Scrum Master nur ein weiterer fancy Titel ist, den jeder auf seiner Visitenkarte haben will? Denk nochmal nach und verpasse nicht meine Tipps am Ende. Spricht man von Scrum, hört man ständig den Begriff Scrum Master. Aber was macht ein Scrum Master aus und warum ist diese Rolle so entscheidend? Der Scrum Master ist nicht dein klassischer Projektmanager, sondern eher ein Coach, ein Vermittler und ein Problemlöser. Er unterstützt das Team und den Product Owner, hält Störungen fern und hilft dabei, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Aufgabe ist, ein ideales Umfeld zu schaffen, in dem alle ihr Bestes geben können. Nun versteht man, warum er als Dienstleister für das Scrum Team bezeichnet wird, oder? Trotz dieser gewaltigen Aufgabe ist der Scrum Master kein Chef. Ganz im Gegenteil, er ist ein Teil des Teams und hat das gleiche Ziel, ein erfolgreiches Produkt zu liefern. Klingt herausfordernd, aber auch spannend, oder? Lerne mehr über die Rolle des Scrum Masters und wie du die Prinzipien von Scrum in deinem Team umsetzen kannst, indem du dich jetzt für meine kostenlose Scrum Challenge anmeldest. Beherzige die folgenden Tipps als Scrum Master. Sich entwickeln. Ein guter Scrum Master ist immer bereit zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Kommunikation fördern. Förderung und Verbesserung der Kommunikation innerhalb des Teams ist essentiell. Agile Werte leben. Lebe und atme die agilen Werte und Prinzipien und motiviere dein Team, dasselbe zu tun. Empathie zeigen. Verstehe die Bedürfnisse und Herausforderungen deines Teams und unterstütze sie dabei, diese zu überwinden.